Wir werden es nicht mehr ausführlich präsentieren. Es ist unser erstes, ja, aber nicht mehr ganz so aus dem vollen zu schöpfendes Angebot des Monats, meine Damen, und zwar im Doppelpack. Ach, du trägst es auch. Ja, ich wollte ja auch mal sagen, ich kann das auch tragen. Ob man das jetzt unter einem Blazer trägt, so wie du das hast, ein bisschen offen lässt und einfach rausblitzen lässt, finde ich total schick, meine Damen. Ist ja schön, weil man muss halt keinen BH anziehen, man kann es wirklich sehr schön drunter tragen. Auf jeden Fall. Das ist halt diese Freiheit, die man da hat. Ich gehe mal ein Stück zur Seite, komm mal mit. Es macht halt wirklich, es drückt auf den Bauch so ein kleines bisschen weg, dann sitzt die Hose hier einfach viel besser, dann kriegt man die gut zu, weil wir haben ja schon hier, ich zeige Ihnen das mal, ich habe ja an den Seiten, selbst ich habe wirklich hier, schauen Sie mal, dieses, das hier, ja, und dann kriegt man immer die Hose schlecht so und deshalb ist das wunderbar, wenn man das top anzieht, dann sitzt das einfach hier viel glatter und freundlicher. Ach, wir sitzen noch alle im gleichen Mut, die eine mehr, die andere weniger. Aber wissen Sie, was ich auch so toll finde? Das möchte ich Ihnen noch ganz schnell zeigen.